MSV Stahl! Herzlich willkommen, liebe Alissa, beim MSV und bei unseren ersten Elf. Wenn ich einen Zweikampf verliere, dann bin ich sehr schnell sauer. Training bei richtig heißen Temperaturen finde ich nicht so toll. Mein größter Traum ist später mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Meine größte Stärke auf dem Platz ist meine Schnelligkeit. Meine größte Stärke neben dem Platz ist mein Humor. Wenn ich schlechte Laune habe, dann rufe ich meinen Freund an. Meine stärkste Gegenspielerin war Marina Hegering, würde ich sagen. Mein bisher größter Erfolg meine Lehrgänge mit der Nationalmannschaft. Abends auf der Couch schaue ich sehr gerne Serien oder rufe extrem gerne Freunde an. Auf meinem Handy bin ich leider viel zu viel und viel zu oft. Im Urlaub mache ich am liebsten Schwimmen und Bräuen. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.